Herzlich Willkommen bei TV Rheinterrasse. Ja, wir stehen hier mitten im Kleeacker, an dem Platz der zukünftigen Kita-Leithecke, die ungefähr in anderthalb Jahren hier stehen soll. Ja, und neben mir steht die Kita-Leitung und die stellvertretende Kita-Leitung, die künftige für die Kita-Leithecke und warum die jetzt schon ihre Arbeit aufnehmen, das verraten wir Ihnen heute in unserem kleinen Beitrag. Ja, neben mir steht die zukünftige Kita-Leitung. Frau Rittich, stell uns doch mal kurz vor. Ja, ich bin Vanessa Rittich, komme aus Mainz und bin bei der Gemeinde Bodenheim jetzt schon eine ganze Weile als Erzieherin angestellt und jetzt habe ich diese wundervolle neue Aufgabe, hier als Leitung die Leithecke auf den Weg zu bringen. Ja, viele kennen Sie vielleicht schon aus der Kita-Wühlmäuse, da waren Sie vorher angestellt. Ja, genau. Ich war auch schon im Spatzennest, also ich bin schon ein bisschen hier rumgekommen, kenne also einfach schon die Arbeit der Gemeinde und es hat mir immer viel Freude hier gemacht zu arbeiten und deswegen freue ich mich umso mehr hier einfach das auch weiterführen zu können. Stell uns doch mal kurz vor. Ja, also ich bin die Judith Knab, ich komme aus Gau-Bischofsheim und bisher war ich als Erzieherin tätig in Zornheim im Haus der Entdecker. Also für die Bodenheimer noch ein ganz unbekanntes Gesicht. Jawohl, ich merke ja schon an mehreren Stellen die Nachbarschaft zu Gau-Bischofsheim einfach, dass ich hier doch ein paar Leute kenne, aber ansonsten in Bodenheim bin ich ganz neu. Ja, Frau Rittich, jetzt stehen wir aber hier noch mitten im grünen Kleefeld und in anderthalb Jahren soll hier erst die Kita und der Hort entstehen. Warum sind Sie denn jetzt schon Leitung und warum haben Sie denn jetzt schon Ihre Arbeit aufgenommen? Ja, es geht auf jeden Fall einfach schon los, weil wir jetzt erstmal in einem Container schon starten und dort nehmen wir auch schon die ersten Kindergartenkinder auf. Diese neue Kita, die also hier hinter uns entstehen soll, die hat also zwei Kita-Gruppen und zwei Hort-Gruppen. Können Sie uns schon verraten, wie groß die Kita insgesamt wird? Also wie viele Kinder werden hier in den Kindergarten und in den Hort gehen? Also wir werden insgesamt zwei Kita-Gruppen aufnehmen können. Das werden dann bis zu 30 Kinder sein und zwei Hort-Gruppen mit bis zu 40 Kindern. Ja, liebe Zuschauer von TV Rheinterrasse, nun sind wir hier an der Containerkita, die hier demnächst ihren Betrieb aufnehmen soll als Kita-Leithecke. Frau Rittich, wie viele Kinder sollen denn hier aufgenommen werden und wann geht es denn überhaupt genau los? Ja, es startet hier am 16.09., also schon ganz bald und wir können insgesamt 30 Kinder hier im Container aufnehmen, Kindergartenkinder ab zwei und wir haben sogar 14 Ganztagsplätze zur Verfügung. Mit wie vielen Mitarbeitern starten Sie denn hier in der Containerkita? Also wir sind ja schon mal zu zweit, die Frau Rittich und ich und dann kommen noch ab 1. September zwei weitere Mitarbeiter dazu. Ja, liebe Zuschauer von TV Rheinterrasse, soweit zur neuen Kita-Leithecke hier am Mühlbach im Gewerbegebiet und vergessen Sie unseren Beitrag nicht zu liken und uns zu abonnieren. Vielen Dank! Vielen Dank!